Sie sprechen oft vor vielen Leuten und man kann sie kaum verstehen? Die Schüler sind in der letzten Stunde kaum zu bändigen? Dann sind sie in guter Gesellschaft. Sie glauben ja nicht, wie vielen Menschen es genauso geht wie Ihnen. Und nicht überall gibt es Tonanlagen, die ihre Stimme verstärken. Und wenn doch, sind diese meist kompliziert zu bedienen. Lautes Sprechen strapaziert ihre Stimme und setzt sie unter Stress. Aber verzweifeln Sie nicht. Schauen Sie lieber, was wir hier für Sie haben. Das MocoMic. Das weltweit erste Mikrofon mit eingebautem Lautsprecher. Mit dem MocoMic lösen Sie all Ihre Probleme. Ohne Technikkenntnisse, ohne Kabelsalat, ohne Lautsprecheranlage. Einfach einschalten. Das MocoMic ist sofort betriebsbereit. Auch im Freien ist es dank weithin hörbarem Signalton-Generator universell verwendbar. Und es ist so klein, dass es in jedes Handschuhfach passt. So haben Sie Ihr persönliches Mikrofon immer mit dabei. Worauf warten Sie noch? Schreien Sie sich nicht länger heiser. Das neue MocoMic verleiht Ihre Stimme Kraft und schont Ihre Stimmbänder. Dank der eingebauten Akkus auch bis zu sechs Stunden lang. Und das zum kleinen Preis. Das MocoMic ist so günstig, dass sich jeder sein eigenes leisten kann. Sichern Sie sich Ihr persönliches MocoMic gleich jetzt. Und freuen Sie sich über ein weltweit einzigartiges Produkt. Einfach bestellen unter www.mocom.at